So, jetzt müsste mein Monitor zu sehen sein. Auch noch mal von mir die Frage, Ton und Bild gut? Alles gut, ich kann alles sehen und ja, dann können wir loslegen. Vielleicht noch mal, genau, vielleicht noch mal allgemeiner Hinweis für diejenigen, die zum ersten Mal vielleicht diesmal dabei sind. Sie haben natürlich die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen und diese dann über den Chat uns zu übermitteln und ja, wir schauen uns die verschiedenen Märkte an und dann sage ich, gebe das Wort an Tristan Burdach von den Trading Stars. Sehr schön. Also ich begrüße Sie auch noch mal alle ganz herzlich online hier aus München. Meine Wenigkeit ist auf dem Monitor zu sehen. Ich bin Tristan Burdach, ich bin Head of Marktechnik bei Trading Stars und manage unsere markttechnisch orientierten Portfolios und mache mit Ihnen seit ein paar Wochen die wöchentlichen Marktausblicke mit den Christian zusammen. Wer letzte Woche dabei war, wird sich sicher wundern, warum heute nur alleine. Jeder fleißige Trader muss irgendwann auch mal Urlaub machen. So ist das bei dem Herrn Stern heute der Fall. Der hat wohlverdienten Urlaub kurz vor der World of Trading, wo wir dann wieder mit FX Flat am Start sind. Ja, kurze Rede, lange Rede, kurzer Sinn. Wir schauen kurz auf unsere Agenda, was uns heute Abend erwartet. Wir gucken uns natürlich die wichtigen Termine der Woche an, was die Märkte bewegen wird, was nicht. Aber sehen wir gleich mehr dazu. Dann werden wir unsere wichtigen Hauptmärkte in unserer Marktmatrix auf markttechnische Weise betrachten. Gerne dürfen Sie nebenher in den Chat Wunschanalysen einstellen, welche Wertpapiere Sie gerne sehen möchten. Unsere Marktmatrix wird dann im Laufe des Abends in der aktualisierten Version unter der eingeblendeten Internetadresse aktualisiert, damit Sie sich das über die Woche hinweg einmal anschauen können. Ich zeige Ihnen kurz, wie man da auch manuell hinkommt. Dies ist unsere Seite einfach trading-stars.de eingeben und dann befindet sich rechts oben der Reiter Markttechnik. Da klickt man einfach drauf und dann erscheint die Markttechnik-Seite bei TradingStars. Hier stehen unter anderem die aktuellen Termine und noch anstehende Webinare. Unser nächstes Webinar mit mir wird am 19.11. am Donnerstag dieser Woche sein, während die WOT schon voll im Gange ist. Und da wird es um markttechnische Einstiege gehen. Ja, dann haben wir hier die Trading Matrix und dann schauen wir gleich mal, was sich da denn so alles geändert hat im Laufe einer Woche. So, dann wechseln wir gerade mal wieder auf den Zeiger. Weiter unten steht auch noch ein bisschen was über Markttechnik. Kurze Zusammenfassung, ist ganz interessant. Wenn Sie Fragen haben, die komplexer sind oder irgendwelche Wunschanalysen haben, die wir heute nicht mehr schaffen, können Sie das gerne an info-at-trading-stars.de schicken. Diese E-Mail wird dann an mich weitergeleitet, da das Wort Markttechnik enthalten ist und ich werde mich gerne mit Ihnen in Kontakt setzen und diese Fragen oder diese Wunschanalysen noch arbeiten. So, dann schauen wir erstmal auf die Terminlage diese Woche. Es ist nicht allzu viel los. Wir haben keine EZB-Zinsentscheide oder die FED macht auch keine Entscheidung. Tendenziell sollten wir eine relativ ruhige Woche vor uns haben. Wir haben morgen am Dienstag den ZEW-Konjunktur-Erwartungen des Novembers auf dem Radar und in der USA die Verbraucherpreise. Tendenziell mit nicht allzu viel Bewegung zu rechnen. Allerdings, man sollte generell bei Wirtschaftsterminen mit Ausrufezeichen immer vorsichtig eingehen. Dann am 19.11. kommt der US-Philadelphia-Fed-Index-Fonds und zum Ende der Woche, am Freitag, haben wir ein paar Reden einiger EZB-Mitglieder auf dem Schirm, unter anderem Mario Draghi. Das heißt, wenn Herr Draghi redet, sollte man am besten keine neuen Positionen eingehen, da an dem Freitag auch noch kleiner Verfallstag ist, also Verfall von Optionen auf Aktien und DAX, sollte man Freitag ab 12 Uhr gar keine neuen Positionen mehr einfach eingehen. Das ist das Beste, was man tun kann. Man sollte das Wochenende genießen, auf die VOT reisen oder, 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 aber bitte keine neuen Positionen eingehen. Ja, dann hatten wir auf der Agenda natürlich einen gewissen Ausblick. Dann werden wir uns diesen einfach mal widmen und schauen, was in den Märkten so alles passiert ist. Wir haben unseren ersten Kandidaten, das ist der Deutsche Aktienindex, das ist quasi unser Baby der Deutschen und dann werden wir mal schauen, was dieser so die Woche angestellt hat. Wir beginnen unsere Analyse, wie immer, im größten Zeitfenster, im Wochenchart und schauen uns da erstmal die Richtung des Feldherrenhügels an, wie man so schön sagt. Wenn man eine Woche später auf den Chart hier schaut, ist im Endeffekt ja nur eine Kerze hinzugekommen. Das ist die große rote, das heißt, der Markt hat letzte Woche etwas Schwäche gezeigt und will erstmal ein Stückchen nach unten korrigieren. Allerdings beeinflusst das die Lage des Feldherrenhügels nicht. Wir sind eindeutig in einer Long-Tendenz, befinden uns immer noch in der Korrektur des pinken Trends und dieser Punkt 3 ist noch nicht bestätigt. Also wir merken uns aufwärts gerichtet in der Korrektur, auch wenn das am rechten Bildschirmrand schon sehr impulsiv long aussieht. Allerdings schauen wir uns das jetzt detaillierter im Tageschart an. So, dann öffnen wir einmal den Tageschart und da sehen wir schon auf den ersten Blick, der Tageschart ist definitiv nicht konform mit dem ganz großen Trend aktuell noch eingezeichnet. Wir sehen im Markt, die Korrektur bildete einen wunderschönen markttechnischen Abwärtstrend. Dieser kam bis 9400 Punkte runter, ging wieder in die Korrektur, dann kam es zu einer neuen Bewegung nach unten, dann wurde das Tief der roten Kerze, ich nehme nochmal kurz alles raus, das schauen wir uns aus der Nähe an, damit Sie das sehen, was ich meine. Das Tief dieser Kerze, Das Low liegt bei 9338,2 und das Low dieser Kerze liegt um gute 10 Punkte tiefer, das heißt, dieser markttechnische grüne Abwärtstrend wurde nochmal nach unten bestätigt. Und das heißt, wir haben aktuell im Tageschart im deutschen Aktienindex kein Aufwärtstrend. Ich zeichne das eben ein, damit Sie das genau sehen und verinnerlichen können. Nicht wundern, Farbe wechsle ich jetzt. Wichtig, unser absoluter mittlerer Trend ist immer grün im Tageschart. Es kam zu dieser Korrektur. Dann setzte der Markt zu einer neuen Bewegung ein. Hier unten hatte er keine Kraft mehr. Und dann kam es zu einer dynamischen Aufwärtsbewegung im DAX, welche über der Marke von 10.500 Punkten den korrektiven Abwärtstrend im DAX gebrochen hat. Allerdings sehen wir, es gab noch keinen neuen Aufwärtstrend. Für den neuen Aufwärtstrend im Tageschart muss der Markt diese angefangene Korrektur, die wir schon sehen, noch etwas ausbilden. Tendenziell bis zur 10.500 Punkte Marke, da er dann idealerweise eine Kurslücke hier schließen würde. Das heißt, die Kurslücke vom 23.10. wird geschlossen. Also können wir uns merken, wenn der Markt quasi auf die 10.500 runterkommt und der tiefer liegende Trend, der hier runterläuft, den wir uns gleich auf der Stunde nochmal genauer angucken, hier unten langläuft, nach oben kommt und ihn dann bricht. Quasi wir kommen hier runter und dann bildet er in der tieferen Zeiteinheit einen neuen Trend. Und da versuchen wir dann mitzulaufen. Auch wenn der grüne Trend noch keinen neuen Aufwärtstrend hat, allerdings wissen wir, übergeordnet ist alles Long und die Wahrscheinlichkeit ist dadurch höher, dass dieser Frontrun, den wir begehen, vom Erfolg gekrönt ist. Und wir schauen uns das gerade einmal auf dem Stundenchart an. So, bei dem Stundenchart, ich zeichne einmal die Unterstützung bei 10.500 Punkten ein. Da befindet sich die Kurslücke und aktuell befindet sich der Stundenchart in einem Abwärtstrend. Jetzt machen wir noch die richtige Farbe rein, damit Sie das genau nachvollziehen können. Da hatten wir Bewegung, Korrektur, Bewegung. Wir befinden uns aktuell in einer Trendwende der kleineren Trends. Das heißt, der blaue Abwärtstrend geht in eine Korrektur, könnte quasi im Laufe der Woche noch bis 10.800 Punkte, 10.850 hochlaufen, bevor er dann hier runterkommt, hier unten bei 10.500 Punkten einen Boden ausbildet und dann in unsere gewünschte Richtung nach oben läuft. Also aktuell abwarten im DAX, bevor wir eine Long-Position eröffnen, sollten wir mindestens einen Rücksetzer auf die 10.500 Punkte Marke sehen, damit wir die Stops relativ eng setzen können, weil wir ja davon ausgehen, dass der Markt Richtung dem Hoch bei 11.000 beziehungsweise 11.050 Punkte steigt. Das wäre unser erster Target für eine kurzfristige Positionierung. Jetzt zeichne ich das hier drüben nochmal schön ein. Wir haben hier den Aufwärtstrend gehabt im blauen Trend. Der wurde hier beim Bruch des letzten Punkt 3 des blauen Trends gebrochen, hat hier den Abwärtstrend gebildet und somit gab es eine Bewegungswelle, eine Korrekturwelle des grünen Trends und jetzt muss eine neue Bewegungswelle entstehen. Ich sehe gerade, Thomas hat was in den Chat geschrieben. Nur mein Chat ist sehr klein, also ist ein bisschen schwer zu lesen. Ich lese gerade ein Pullback auf die 10.300. Da schauen wir mal, wo die 10.300 ist. Okay, die 10.300 zeichne ich gerade ein, damit wir es alle sehen. Okay. Wir sehen, dass der Kurs öfters schon an diese 10.300 Punkte Marke herangelaufen ist, immer wieder abgeprallt ist, nie eindeutig drüber gelaufen ist. Das heißt, wenn die 10.500 Punkte Marke nicht halten sollte oder signifikant unterhandelt wird, also hier durchgebrochen wird, wäre quasi 10.300 Punkte die nächste Unterstützung, die der Markt suchen könnte. bevor er dann hier wieder nach oben dreht, mit einem neuen blauen Aufwärtstrend. Das ganze Szenario ist erst hinfällig, wenn der Kurs unter die 9.700 oder 9.600 Punkte Marke fällt, da er sich dann unterhalb des 61er Retracements aus der Fibonacci-Lehre befinden würde, und dann die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass sich der übergeordnete Abwärtstrend wieder fortsetzt und das hier oben alles nur ein Forts-Breakout war oder eine Korrektur der vorherigen Abwärtsbewegungen. Aber da heißt es erstmal abwarten und Tee trinken. Wir wollen definitiv in die Aufwärtsrichtung mit, um in die Jahresendrallye hineinzukommen. So, dann schauen wir uns einmal den Dow Jones an. Mal gucken, was die Amerikaner so getrieben haben in der Woche. So, dann natürlich wieder auf dem Wochenchart. Immer erstmal das größte Bild anschauen. Hier im Dow Jones haben wir gesehen, dass der Markt in die Korrektur gegangen ist und jetzt schon wieder dynamisch in die übergeordnete Richtung will. Also, er bildet quasi im Wochenchart eine neue Bewegung aus und wir haben auch schon fast einmal den großen Punkt 2 hier oben angetestet. So, wir merken uns also übergeordnet long und schon wieder auf dem Weg in die übergeordnete Richtung. Das Ganze schauen wir uns dann im Tageschart an. Hier müssen wir noch ein paar Korrekturen vornehmen und zwar die alten, nicht bestätigten Punkte rausnehmen. Oder besser gesagt, die bestätigten und wir machen daraus schöne Punkte. Punkt 2, Punkt 3. Hier oben ist wieder ein Punkt 2, welcher bestätigt ist und aktuell sucht der Markt einen möglichen Punkt 3 in der grünen Trendebene. Die dynamische Aufwärtsbewegung im Wochenchart sehen wir, dass sie im Tageschart ein wunderschöner Aufwärtstrend ist. Wir sehen klassisch nach Markttechnik die Aufwärtsbewegung, Korrektur, neue Bewegung und aktuell befindet sich der Dow Jones in einer Korrektur. Diese Korrektur wiederum stellt in unserer tieferen Zeiteinheit unseren kleinen Trend einen Abwärtstrend dar, den wir uns gleich genauer angucken werden. Wir merken uns, die Woche war aufwärts, der Tagesschart ist aufwärts und in einer Korrektur und ist in einer sehr attraktiven Gegend um die 17.300, 17.200. Wir können kurz schauen, weil da ist das Fibonacci Retracement in der Nähe, also eine Unterstützung. Ach, genau, verkehrt aber. Von da unten, vom letzten Punkt 3 zum bestätigten Punkt 2 setzen wir das Fibonacci Tool an und so kann einen das Auge trüben. Wir sind gerade mal am 38er Fibonacci Retracement. Also wäre es wünschenswert, wenn der Dow Jones im Tageschart noch bis auf die 16.962 Punkte herunterkommt, bevor er in die Richtung 17.900, 18.000 Punkte Marke ansteigt. Wir sehen, dass das 50er Retracement unterstützt wird von dieser Kerze hier. Also dieses Level in dem Gebiet ist sehr interessant für mögliche Einstiegssignale, unter anderem 17.000, äh, ja doch, 17.000 ist eine Zahl mit 3 Nullen. Wir wissen, Zahlen mit 4 Nullen haben einen psychologischen Wert, also wird der Markt an dieser Stelle definitiv nicht direkt durchlaufen. Dann schauen wir uns das Ganze einmal im Stundenchart an. Dann sehen wir dann netterweise gleich nochmal das Fibu-Tool. Das werde ich kurz beiseite schieben. Übergeordnet hatten wir diesen aufwärts diffiziert im grünen Trend und aktuell sehen wir, dass der blaue Trend in einer Abwärtsbewegung ist. Wir zeichnen das kurz ein. Hier war er noch aufwärts. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Dann gab es eine mögliche Bewegung nach oben. Er hat es aber nicht mehr geschafft, dann fiel er nach unten, bildete er einen neuen Abwärtstrend, somit die Korrektur des grünen Aufwärtstrendes und die wurde dann dynamisch nach unten fortgesetzt. Aktuell sehen wir, dass der blaue Trend sich in einer Korrektur befindet. Das bedeutet, wir haben hier die klassische Punktzählung, Punkt 3, Punkt 2, wieder ein Punkt 3 und aktuell haben wir hier unten einen bestätigten Punkt 2 und der Markt sucht jetzt in der blauen Trendebene einen Dreierpunkt. So, jetzt haben wir das einmal schön gemacht. Wir sehen, blauer Trend ist definitiv abwärts, übergeordnet aufwärts. Wir warten, dass der Markt in einen Rücksetzer in das Gebiet der 17.000 Punkte Marke macht und warten dann darauf, dass der blaue Trend in seiner in der gleichen Größe, die wir hier sehen, ein Gegensignal ausbildet und steigen dann bei einem 1, 2, 3 in Trendrichtung ein mit einem aggressiven Stop unter den letzten Punkt 3 des blauen Trendes oder unter den letzten Punkt oder ich korrigiere nicht letzten Punkt 3, sondern den vielleicht 9.3 der grünen Ebene hier. Das zeichne ich gerade einmal grünen, damit das jeder sieht. An der Stelle wäre vielleicht der mögliche neue Punkt 3 der grünen Ebene und da könnte man auch den Stop setzen. Ziel ist 18.000 also der Punkt 2 aus dem grünen Trend und dann heißt es Abwarten und Tee trinken. Dann schauen wir uns mal ein paar Währungspaare an und zwar den Euro US Dollar was der so getrieben hat. Ich glaube dazu muss man nicht allzu viel sagen in welche Richtung er tendiert. Wir haben seit Wochen Monaten Short Tendenzen Zwischenzeitlich gab es ein Zicke Zacke hin und her also man wusste nicht in welche Richtung es genau geht und aktuell hat er sich aus dieser unschönen Lage befreit und tendiert wieder nach unten. Aber das schauen wir uns dann in der kleineren Zeit genauer an. Definitiv ist klar übergeordnet definitiv Short wir sind an eine Korrektur gekommen dieser Punkt 3 der noch mit Fragezeichen drin steht darf jetzt hart eingetragen werden das bedeutet Fragezeichen weg der ist bestätigt sollte es jetzt zu einer Aufwärtsbewegung kommen haben wir definitiv einen Gegentrend aktuell abwärts in der Bewegung und wir schauen uns einmal die Bewegung im Tagesschart genauer so scrollen das ein bisschen zusammen damit wir die einzelnen Trends ein bisschen besser sehen das zickezacke was ich eben gemeint habe ist im Tagesschart ein Aufwärtstrend gewesen auch wenn man das im Wochenchart noch nicht so gut gesehen hat allerdings ist der sehr korrektiver Art da es hier starke Überlappungen in den letzten Korrekturbereich reinkam das ist eindeutig korrektiv dann haben wir ab September den Befreiungsschlag gesehen der Markt kam runter korrigierte nochmal und dann ging es dynamisch mehrere hundert Pips nach unten und somit hat sich ein neuer Abwärtstrend gebildet welchen ich gerne jetzt einmal einzeichnen möchte wir nehmen erstmal die Zeichnung rein die Zählung erben wir den Punkt 1 einen neuen Punkt 2 einen Punkt 3 der wurde bestätigt aktuell haben wir hier unten einen noch nicht bestätigten Punkt 2 so dann nehmen wir noch die Linien rein damit Sie den Trend schön sehen Bewegung Korrektur und dynamische Abwärtsbewegung aktuell befindet sich der Euro US Dollar in seiner grünen Ebene weit in der Bewegung also können wir tendenziell schon mal festhalten dass wir ihn nicht mit Priorität 1 nehmen für diese Woche als Einstieg weil wir erstmal eine Korrektur Richtung der 1,10 Euro oder 1,10 Euro sehen wollen damit wir einen risikoarmen Entry finden weil aktuell ist die Wahrscheinlichkeit gering dass der Markt einfach noch um weitere 100 Punkte oder 100 Pips fällt lieber die Korrektur abwarten und da versuchen wir dann einzusteigen dann schauen wir uns das ganze mal im Stundenchart an vielleicht müssen wir auch in den 4 Stundenchart gehen gucken wir mal wie wir das optisch sehen das können wir noch auf den Schirm das ist gut so wir hatten hier korrektive Aufwärtsbewegung schauen wir nochmal rüber das schöne am Agenda Trader ist wir haben den globalen Cursor wir können quasi im Tageschart die Kerze hier bei dem Punkt 3 anlotsen und sehen in der Stunde wo das der Bereich ist und dann sehen wir die dynamische Abwärtsbewegung sehr gut dann haben wir uns kurz orientiert wo wir hinwollen und dann sehen wir dass die dynamische Abwärtsbewegung im Tageschart im Stundenchart ein wunderschöner Abwärtstrend ist den ich kurz einzeichne kurz die Farbe wechseln zack rein die Bewegung dann die Korrektur starke Bewegung Korrektur wieder starke Bewegung Korrektur Abwärtsbewegung Korrektur und jetzt ist der blaue Trend dabei sich wieder ein Stückchen fortzusetzen allerdings sehen wir dass der noch tiefere Trend diesmal nicht so dynamisch läuft das ist also ein bisschen schwerfälliger er hat Probleme hier unten durch die 10680 durchzukommen und sobald der Kurs hier über die 10840 steigt sehen wir dann die Korrektur die wir haben wollen und sollte der blaue Trend eine Trendstruktur ausbilden versuchen wir in dem Gebiet um die 1.11 1.12 in den Markt hinein zu kommen und warten an dieser Stelle auf ein Abwärtsgericht des 1.23 in dieser Trendgröße unsere Stops liegen natürlich wieder regelkonform etwas aggressiver über den letzten Punkt 3 der durch das 1.23 gebildet wurde oder durch den neuen möglichen Punkt 3 hier oben das muss man dann mit seiner Kontogröße ausmachen so sieht das im Euro US Dollar aus schauen wir mal ob soweit ein paar Fragen aufgekommen sind sieht soweit gut aus keine Fragen dann gehen wir einfach mal auf die Insel zu den Briten und schauen uns unser britisch Punkt gegen den US Dollar an wer letzte Woche und die letzten Male schon dabei war weiß dass wir eine Position im US Dollar eröffnet haben auf Short die ist auch weiterhin am Laufen da die ganze Short Tendenz weiterhin intakt ist Teilposition haben wir geschlossen also unsere Kosten haben wir schon verdient jetzt kommt im Endeffekt das Sahnehäubchen gucken wir uns mal kurz das übergeordnete Bild an genau hier sind wir an dem möglichen Punkt 2 der neu gebildet wird es ist im Endeffekt eine riesige Seitwärts Phase und die Trading Idee war der Retest dieser Aufwärtstrend Linie und es hat sich ein neuer Abwärtstrend in der tieferen Zeiteinheit gebildet und den versuchen wir einfach nach unten mit zu handeln also der ganz große Trend soll tendenziell bis zur 1,40 Mark gefallen das wäre toll allerdings wir hoffen ja nicht sondern wir handeln nur das was wir sehen und ein realistisches Ziel wäre natürlich der mögliche Punkt 2 hier unten bei 1,47 allerdings im Wochenchart kann sich das auch noch die nächsten 1,5 Jahre hinziehen deswegen schauen wir uns das Ganze einmal im Tageschart genauer an wie denn da die Trendlage aussieht grün eingezeichnet hier haben wir ich mache das einfach mal pink dann ist es einfacher zu merken das ist die Aufwärtstrendlinie aus dem Wochenchart wir sahen hier dass der Trend an diese Aufwärtstrendlinie herangelaufen ist dann kam es zur Bildung dieses Abwärtstrendes der ist in die Korrektur gegangen dann kam es wieder zu einer Abwärtsbewegung und aktuell befindet sich der grüne Trend befindet sich der grüne Trend in einer Bewegung er hatte ein paar Probleme unter die 1,51 unterzutauchen es kam zu einer kurzfristigen Gegenbewegung allerdings ist die Abwärtsbewegung immer noch voll intakt ich passe das gerade einmal an farbtechnisch damit wir das im Chart haben so wir nehmen wieder grün für unseren mittleren Trend dann machen wir das richtig der Punkt 3 ist bestätigt dafür haben wir jetzt hier unten einen nicht bestätigten Punkt 2 da wissen wir noch nicht wie tief der Markt noch fällt also wie weit die Bewegung des grünen Trends noch nach unten möchte allerdings werden wir uns das Ganze jetzt gleich im Stundenchart genauer anschauen wie denn so das Potenzial aussieht so dann hatten wir gesagt im grünen Trend sind wir abwärts gerichtet das war diese Struktur ganz oben drüber und das hier war die neu entstehende Bewegung nach unten und wir sehen dass sich hier die Bewegung als ein sehr großer Abwärtstrend in der Stunde darstellt ich nehme mal kurz die passende Farbe blau natürlich hatten wir hier eine Abwärtsbewegung dann kam es zu der Gegenbewegung dynamischer Abfall und aktuell wieder in die Korrektur wir haben einen Abwärtstrend Markttechnik der sich gerade wunderschön hier drüben in der Korrektur befindet das heißt unsere Großwetterlage ist short unsere Signalebene ist short das heißt wir können ohne Probleme wenn der Kurs hier unter die 1.51.70 fallen sollte unsere Sellorders reinlegen wer noch nicht im Gable investiert ist und die Stops hier über die 1.52.70 legen und den neu entstehenden Impuls nach unten handeln erste Gewinnmitnahmen sollte man bei 1.50.30 tätigen das ist der letzte Punkt 2 hier unten und wenn man mit größeren Positionen handelt also mehrere Teile hat dann kann man quasi da unten Teilverkäufe tätigen und den Rest einfach laufen lassen da wir nicht wissen wie weit diese Struktur die die Bewegung im grünen Trend darstellt noch laufen wird soviel zum Gable US Dollar ich sehe gerade Hans Peter fragt ob das Webinar aufgezeichnet wird ja es wird aufgezeichnet definitiv letztes Mal ist uns ein kleines Malheur passiert da ist leider die Aufzeichnung schief gegangen aber diesmal ist das definitiv gewährleistet und wir werden die dann auch auf unserer Homepage online stellen aber soviel dazu so dann schauen wir uns kurz den australischen Dollar wir sollten mal alles rauslöschen hier sonst kommen wir dezent durcheinander australischer Dollar gegen US Dollar haben wir im Wochenchart definitiv eine Short Tendenz das dürfte jedem klar sein wir sind hier weit in die Bewegung gekommen runter haben erste Andeutung einer Korrektur ausgebildet und die schauen wir uns doch gleich mal im Tageschart genauer an da der Tageschart im Endeffekt unsere Großwetterlage ist wir wissen der Wochenchart ist Short und unsere Großwetterlage im Tageschart ist allerdings long das heißt die Korrektur des Wochencharts läuft bilderbuchmäßig in einem Aufwärtstrend allerdings sehen wir auch dass dieser Trend wieder stark überlappend ist also wir hatten die Bewegung ich versuche das gerade mal ein bisschen näher heranzuzoomen damit Sie das besser sehen können ich schmeiße hier noch kurz die Klammern raus da die Punkte ja jetzt alle bestätigt sind falsche Zahl so und wir haben jetzt im Endeffekt hier unten einen möglichen neuen Punkt 3 auf jeden Fall die Korrektur des Wochencharts ist im Tageschart dieser Aufwärtstrend der allerdings starke Überlappungen hat bis tief in der Korrekturzone hier zwischen 2 und 3 wenn man so grob hinschaut könnte man jetzt sagen okay das Ding wird short nach unten gehen allerdings wollen wir nicht interpretieren sondern wir handeln das was wir sehen und wir sehen das was ich gerade gelb eingezeichnet habe ist definitiv long also für jeden der kurzfristig orientiert ist der sucht im Stundenchart nach einem möglichen neuen Aufwärtstrend quasi nach Bruch des Hochs bei 0 7159 könnte man frühzeitig long gehen allerdings schauen wir uns das kurz im Stundenchart an so müssen wir kurz nochmal das gezeichnete raus jetzt sehen wir hier wunderschön die Abwärtsbewegung übergeordnet Korrektur zack in Blau Bewegung Korrektur Bewegung Korrektur wieder eine schöne Bewegung tiefe Korrektur Bewegung aktuell befinden wir uns in einer Korrektur der blaue Trend möchte sich gerade fortsetzen da aber der Target Chart long ist spekulieren wir darauf dass der Markt hier unten in diesem Gebiet nicht mehr genug Kraft hat nach unten weiter zu fallen sondern dass er hier dreht hier oben unsere Buy Stop Orders ausführt und in Richtung 07370 steigt also quasi den großen Punkt 2 aus dem Tageschart in Angriff nimmt die Stop Logik ist wie immer ich zeichne das gerade nochmal ein zur besseren Darstellung also wir gehen hier hoch der Entry hier drüber erster Stop wäre hier möglich wer es ein bisschen konservativer möchte kann auch hier unten drunter stoppen wer sich das im Konto leisten kann der kann das Risiko ein bisschen rausnehmen da je enger der Stop an den Markt kommt ist die Wahrscheinlichkeit eines sinnlosen ausgestoppt werden auch höher da wir uns ja im Währungsmarkt befinden es ist immer News getrieben und bei den News entstehen sinnlose Spikes im Markt und es ist einfach schade wenn man da einfach rausgeholt wird und dann keinen gescheiten Wiedereinstieg finde also Out US-Dollar für diese Woche oberhalb der 07160 ein Kaufkandidat ansonsten wer untertags handeln kann oder am Desktop sitzen kann wartet eine Korrektur an die 07100 ab und handelt dann hier runter weiter diesen innenliegenden neu entstandenen Abwärtstrend weiter nach unten mit Zielen bei 07020 oder tiefer so so viel zu australisch US-Dollar dann switchen wir zu US-Dollar JP und schauen uns da natürlich auch wieder erstmal das ganz große Bild an da sehen wir schon unser pinker Trend natürlich wieder der absolute große Trend bei uns ist definitiv long ausgerichtet wir waren in der Korrektur das zeichne ich kurz ein hier ist die Korrektur des pinken Trends und aktuell haben wir schon die ersten Anzeichen von einer Fortsetzung des pinken ganz großen Trends das schauen wir uns eben einmal genauer im Wochenchart an sorry im Tageschart so ein sehr schönes Bild ich rücke das noch gerade zurecht damit Sie das besser sehen wir sind von hier links unten nach oben gekommen in einer Bewegung dann kam es zu einer Korrektur dann haben wir eine Bewegung gesehen die nicht weit über den letzten Punkt 2 gegangen ist kommt vor aber damit muss man leben das ist quasi ein Fehlausbruch über einen Punkt 2 dann setzte der Markt zu einer Korrektur an neue Bewegung dann gab es eine Korrektur als Trader denkt man jetzt der Markt geht jetzt wieder in die Richtung des übergeordneten Aufwärtstrends aber kurz vorher circa beim 61er 70er Retracement nach Fibonacci drehte der Markt auf einmal zog nach unten und bildete einen neuen Abwärtstrend in der Größe des grünen Trends daraufhin kam es wieder zu einer Korrektur eine mögliche neue Bewegung und jetzt haben wir gesehen dass in den letzten zwei Wochen der Markt wieder dynamisch nach oben gegangen ist und somit eine neue Großretterlage für uns ausgebildet hat die Long ist und wir hatten uns gemerkt der Euro der US-Dollar JP ist übergeordnet im Wochenchart Long war in der Korrektur und jetzt sehen wir auf dem Tageschart einen neuen Aufwärtstrend das heißt für uns wir haben die ideale Möglichkeit in den Markt zu kommen und den ganz großen Punkt 2 hier oben in Angriff zu nehmen allerdings müssen wir da noch auf eine Korrektur im tieferen Trend warten auf die 121 Entschuldigung 121 und dann hier einen Aufwärtstrend in der tieferen Zeit mitzunehmen wer möchte kann allerdings auch nach der dynamischen Aufwärtskerze hier rechts market in den Markt gehen mit einem riesigen Risiko hier unten drunter allerdings muss man das nicht eingehen sondern wartet halt die Korrektur hier ab dann schmeißen wir gerade mal alles wieder aus dem Chart und gucken wir uns das ganze Szenario einmal im Stundenchart an und das ist ein Traum für jeden Markttechniker was gerade im US-Dollar JP im Stundenchart abgeht besser kann es quasi fast gar nicht sein es ist zwar allerdings für unsere Korrektur die wir hoffentlich ganz so schön was wir hier sehen aber das ist erstmal nebensächlich wir hatten hier eine dynamische Aufwärtsbewegung die die Trendstruktur der linken Seite zerstört hat welche die Korrektur darstellte nach der Aufwärtsbewegung kam es zu einer Korrektur dann kam es zu einer Bestätigung eines Aufwärtstrends in der blauen Trendgröße und jetzt kam es zu einer Korrektur wiederum wir sehen hier im inneren Verlauf des blauen Trendes sehen wir schon wieder tiefere Trendebenen die sich auch trendartig nach unten bewegen und dann kam es hier zu einer dynamischen Aufwärtsbewegung welche den korrektiven Abwärtstrend des blauen Trendes gebrochen haben also ich greife kurz vorweg wie eben wer kurzfristig orientiert ist und Zeit hat vormittags am Chart zu sitzen der wartet dass die Stunde eine korrektive rückwärtsbewegung einlegt quasi bis an die 1,23 ich muss das alles einmal rausnehmen damit wir näher heranzoomen können damit sie das besser sehen können wir schauen uns jetzt nochmal falsches Tool sorry auf jeden Fall das war der innenliegende Trend der wurde hier oberhalb gebrochen wir hatten hier einen neuen Trend drin und jetzt wer Zeit hat am Vormittag zu handeln der kann den Rücksetzer in das Gebiet hier unten abwarten und dann long gehen weil der blaue Trend als unsere Großwetterlage dient und die 123 plus dieses alte hoch hier als Unterstützung dient allerdings wollten wir ja ein bisschen längerfristig uns den Chart angucken und auf eine tiefere Korrektur hoffen für einen schöneren Einstieg allerdings nachdem wir uns jetzt hier den Stundenchart angesehen haben ist das eher für diese Woche unwahrscheinlich und wir legen den US-Dollar JP auf unsere Watchlist da die Tendenz stark long ist und wir Ende der Woche wahrscheinlich bei 123 60 rumstehen werden anstelle dass der Markt noch hier runter auf die 121 Marke kommt wo wir gerne einsteigen würden sollte es trotzdem passieren dass der Markt hier runter kommt kann man natürlich in dem Gebiet der 121 auf einen Gegentrend in gleicher Trendgröße von blau abwarten und long einsteigen Stops wieder unter den Dreierpunkten und dann abwarten und Tee trinken so schmeißen wir kurz alles raus dann schauen wir uns den Euro JP an im Euro JP ist es aktuell so dass wir im Wochenchart eine trendlose Phase haben wir haben in den letzten Webinaren gesagt dass Korrekturen nicht immer trendartig verlaufen können müssen Entschuldigung nicht können sondern müssen sondern sie können auch einfach dynamisch hier runterbrechen unter einem Punkt 3 dann kann sich der Trend wieder fortsetzen allerdings im Euro JP sieht eher die Tendenz so aus dass wir nach unten laufen und in der pinken Trendgröße also unserer absoluten großen Trendgröße einen neuen Abwärtstrend ausbilden bis das der Fall ist sind wir im Wochenchart neutral also trendlos und nehmen uns den Tageschart einfach vor der sieht etwas besser aus da die mögliche Bewegung des pinken Trends nach unten zur Bestätigung eines neuen Abwärtstrends in der pinken Trendgröße natürlich wieder in der grünen Trendgröße ein Abwärtstrend sein sollte den wir hier schon schön vor uns sehen den möchte ich dann gerne noch vervollständigen damit Sie das sehen wir hatten hier Abwärtsbewegung Korrektur Abwärtsbewegung Korrektur jetzt haben wir natürlich die falsche Farbe aber das werden wir sofort ändern da sehen Sie die Korrektur und dann kam der Markt dynamisch nach unten ich sag mal so für einen Daytrader oder Positionstrader ist das wunderschön also der Markt kennt nur eine Richtung er fällt und fällt und fällt und jetzt sehen wir hier unten erste schwächer Anzeichen bei der 131.50 wir sehen einen fast perfekten Umkehrstab und da gehen bei dem Markttechniker alle Alarmglocken an und wer jetzt aktuell quasi positioniert ist sollte nachdenken über erste Gewinnmitnahmen da jetzt in den nächsten Tagen sich der Markt korrektiv wieder nach oben bewegen könnte ich betone immer auf könnte wir wissen es ja nicht allerdings was ich weiß ist dass ich hier unten jetzt einen noch nicht bestätigten Punkt 2 einfüge so da haben wir das Bild komplett also grüner Trend weit in der Bewegung hat erste Probleme in dem Gebiet um die 131 rum sehen Sie da haben wir wieder eine Zahl mit zwei Nullen am Ende das ist quasi fast gesetzt dass es da immer dreht und wenn wir noch ein bisschen zusammen scrollen sehen wir dass die 131 auch noch gestärkt wird von anderen alten Hochs und Tiefs ja sehr schön also ist Vorsicht geboten an dem Level und man sollte lieber Positionen eng absichern wenn man short sein sollte jetzt gucken wir uns das ganze einmal im Stundenchart an und da sehen wir es schon ah wunderschön hier hatten wir den letzten Punkt 3 der korrektiven Aufwärtsbewegung die wurde eindeutig gebrochen man würde auf gut Deutsch sagen das sieht ein Blinder mit dem Krückstock dass das Ding da durchgerauscht ist so wir machen das farblich noch schön wir hatten eine Initialbewegung welche erst einmal eine Korrektur darstellte des Aufwärtstrends der von links nach rechts umging dann eine mögliche neue Bewegung allerdings Markt hatte keine Kraft mehr fiel nach unten bildete einen neuen Abwärtstrend der kam dynamisch hier runter und jetzt sehen wir etwas es war sehr unsauber die Korrekturen hier unten es ging hin und her hin und her kaum noch schön auseinanderhalten wie der Markt da zig Trend ineinander schiebt dann kam hier runter und jetzt ist es so wenn der Kurs über die 1.32.86 steigen sollte also quasi sowas hier ausbildet dann wäre natürlich der blaue Trend wieder gebrochen und der übergeordnete Trend würde ich zeige das kurz der kam ja hier so runter Bewegung und würde jetzt in die Korrektur überlaufen wir hatten auch eben gesagt dass wir im Tageschart einen möglichen Umkehrstab sehen und ich darf schon mal so viel vorweg nehmen das Webinar am Donnerstag am 19. behandelt mögliche Entries in der Markttechnik und ein Umkehrstab ist in einer tieferen Zeiteinheit ein neues mögliches 1.23 das heißt wenn der Kurs über das Hoch eines Umkehrstabes steigt hat sich in der tieferen Zeiteinheit ein neuer Trend gebildet und das können wir hier ganz gut sehen dieses Gebilde hier ist unser Umkehrstab im Tageschart wir sehen dynamische Aufwärtsbewegung Korrektur also hier unten war unser möglicher 1er Punkt 2er Punkt 3er Punkt mit Fragezeichen natürlich und jetzt spätestens wenn das geschieht also dieser neue Trend nach oben bestätigt wird sollte man mögliche Short Positionen schließen und davon ausgehen dass der Markt zu einer Korrektur ansetzt für unseren Zeithorizont ist das gut weil wir würden gerne eine Korrektur sehen die bis hier oben an die 1.34 8.0 geht da wir hier vermehrt Widerstände haben von alten Tiefs und an dem Gebiet versuchen wir wieder neu in den Markt zu kommen also wir kommen quasi hier hoch in irgendeinem Trend der Trend wird gebrochen und da versuchen wir wieder mit unserer Taktik Stop über den Punkt 3 hier runter mitzuhandeln also sobald der Markt in die 134 90er bis 135 30er Zone eintaucht Augen auf wir suchen Short Positionen oder mögliche Short Trend Ausbildung mit Ziel dann hier unten bei 130 7.0 so viel erst einmal zum Euro JP erst einmal die ganzen Zeichnungen wieder raus dann schauen wir uns den US-Dollar Cut einmal noch an jetzt müssen wir leider ein bisschen schneller werden weil ich sehe gerade wir haben es schon 20 Uhr allerdings haben wir auch nicht mal allzu viele Werte vor uns gucken wir uns kurz den US-Dollar Cut an im Wochenchart super aufwärtstrend ist aktuell in der Bewegung also oberhalb seines Punktes 2 und sucht gerade hier oben einen neuen Punkt 2 da müssen wir noch ein Fragezeichen hin machen hat uns noch nicht den Gefallen getan dass er den bestätigt für eine Bestätigung müsste er weiter hier runter kommen in Richtung 1 1 26 allerdings Wochenchart da können wir noch länger drauf warten dass das passiert wir wissen Aufwärtstrend weit in der Bewegung dann schauen wir uns das tiefere Trendgebilde einmal im Tageschart an im Tageschart sehen wir so zoomen wir uns das mal zurecht so wahrscheinlich kurz die Farbe ändern genau wieder auf Grün wechseln für unseren absoluten mittleren Trend wir hatten hier einen Trendbruch gesehen welcher dynamisch nach unten ging ohne große Trends in dieser Trendgröße und jetzt kam es zur Ausbildung eines neuen Aufwärtstrendes in der grünen Trendebene das sehen wir hier Bewegung Korrektur Aufwärtsbewegung das heißt wir haben ein 1 2 3 welches ausgelöst wurde kurz vor einem großen Punkt 2 bisher Trend markttechnisch gesehen super nur wir wollen ja auf der Stunde in den Markt kommen das heißt der Markt der kann jetzt quasi noch ein bisschen hier hoch gehen an die 1 34 wahrscheinlich dann kommt er hier runter wir versuchen dann in der Korrektur des grünen Trends bei der 1 32 5 0 wird eine relativ geringe Risiko in den Markt zu kommen um dann wieder hier nach oben durch den ganz großen Punkt 2 zu handeln wie das Ganze im Stunden Chart aussieht das möchte ich gerade noch mal kurz zeigen da das hier einer der interessantesten Märkte überhaupt gerade mit ist für einen Markt Techniker vielleicht hat der ein oder andere schon mal was von einem 5 Sterne Set abgehört sowas haben wir gerade vor uns wir sind vor großen Punkten 2 in der größeren Trendebene und der Markt will dadurch so dann zeichnen wir das kurz ein so genau jetzt müssen wir uns mal kurz orientieren dass wir hier nichts verkehrt machen richtig dann ändern wir schnell die Farbe damit Sie das korrekt sehen hatten wir einen schönen Trend ausgebildet der hat eine Bewegungswelle ausgebildet dieser wurde korrigiert in einem Abwärtstrend dann kam es hier zum Bruch des Abwärtstrends oberhalb des Punkt 3 der blauen Ebene dann gab es eine dynamische Bewegung über den großen Punkt 2 der grünen Trendebene dann natürlich wieder Korrektur das sehen wir hier auch und der Markt lief hier weiter nach oben und jetzt haben wir es wieder es ist die grüne Trendebene ist über den Punkt 2 der grünen Trendebene also wir haben hier nicht mehr viel Potenzial dass die Bewegung des grünen Trends in Form des blauen Trendes noch großartig weiterläuft das heißt ich schiebe das hier mal kurz damit wir das sehen für Trader die vor dem Schirm sitzen und wirklich Intraday handeln können hier drinnen die Rücksetzer nutzen und immer wieder an diese alten Punkte 2 der blauen Trendebene handeln aktuell wunderschön solange der Kurs nicht dieses macht was ich gerade eingezeichnet habe und unter den letzten Punkt 3 von dem blauen Trendfeld kann man dieses Spiel immer betreiben das ist kein Problem enge Stoppsetzungen kann man ein bisschen Geld aus dem Markt fischen allerdings wollen wir ja ein bisschen länger in den Markt bleiben als nur eine halbe Stunde oder so und deswegen warten wir darauf dass der Markt uns folgendes Setup liefert er bricht diesen blauen Trend hier runter am besten mit einem Trend und wir warten wiederum auf die Bildung eines neuen Aufwärtstrendes in der blauen Ebene dafür muss der korrektive Aufwärtstrend entweder gebrochen werden indem er über den letzten Punkt 3 drüber läuft oder er bildet ein Gegensignal in der gleichen Trendgröße Einstiegssignal über den möglichen Punkt 2 der Markt geht hier drüber wir setzen unsere Stops aggressiv unter den Punkt 3 oder konservativ unter den ganz großen möglichen neu entstandenen Punkt 3 und wollen hier oben mit erste Teil Positionsschließungen finden dann hier oben bei der 1.337.0 statt und wenn man noch ein bisschen Restposition übrig hat wollen wir natürlich ganz hoch hinaus das können wir mal gucken wir mal genau hier oben zur 1.345.0 wo sich der ganz große Punkt der pinken Trendebene befindet da wollen wir im Endeffekt vielleicht im Idealfall das wäre toll das finanziert uns die Weihnachtsgeschenke für die Frau oder ähnliches also wir sind im US-Dollar Cut definitiv in allen Ebenen Long ausgerichtet schauen wir noch kurz auf den US-Dollar da haben wir einen ordentlichen Abwärtstrend in der blauen Trendebene schauen wir uns das gerade im Tageschall an da sehen wir gerade dass der Markt sich aufwärts bewegt grüner Aufwärtstrend ich ändere noch schnell die Farbe dann sehen wir dass der grüne Aufwärtstrend sich unter anderem wieder in der Korrektur befindet dynamisch hier runter wir können schon mal davon ausgehen dass dieses Trendgebilde was wir hier sehen Aufwärtstrend grün bedeutet wiederum wenn wir jetzt zusammen scrollen dass der übergeordneten pinken Trend sich der Abwärtstrend den wir sehen ich zeichne ihn mal kurz einfach so ein in einer Korrektur befindet könnte sich fortsetzen wenn der grüne Trend in seiner Größe hier einen Abwärtstrend bildet allerdings findet er sich nur in einer Bewegung wir merken uns der ganz große Trend abwärtsgerichtet befindet sich in einer Korrektur und die Korrektur stellt im Tageschart eine Aufwärtsbewegung dar dann wollen wir uns natürlich die Aufwärtsbewegung kurz im Stundenchart jetzt mal genauer anschauen da wo wir angefangen haben und zwar haben wir hier es ist im Endeffekt wieder das gleiche Spiel wie immer wenn man das fleißig trainiert dann hat man das relativ schnell raus wie diese Trends alle funktionieren der blaue Aufwärtstrend hier drüben ging in die Korrektur dann kam der Markt wieder in eine Bewegung jeder dachte hoch der könnte weiterlaufen dann kam er hier runter bildet einen neuen Trend abwärts aus und dann lief das Baby hier runter und aktuell befindet er sich unter seinem Punkt 2 das heißt wer im New Zealand Dollar US Dollar kurzfristig unterwegs sein will und kann also wer morgens wieder am Schirm sitzt der kann gerne Rücksetzer noch knapp bis an das Ausbruchslevel hier der großen Kerze abwarten abwarten jetzt müssen wir mal kurz ein bisschen genauer rein screen scrollen jetzt verreißt es natürlich uns die Zeichnung aber das ist nicht ganz so dramatisch wir nehmen sie einfach raus also Rücksetzer an die 065 05 und dann in der tieferen Zeiteinheit noch tiefer nach neuen Abwärtstrend Strukturen wieder hier runter in Richtung 064 80 handeln das Prinzip ist immer das gleiche egal in welcher Ebene man sich befindet es ist nur der einzige Unterschied ist die Haltedauer der Position so dann scrollen wir noch mal ein bisschen rein für uns heißt es jetzt da das blaue eine Korrektur darstellt wollen wir im Endeffekt dass im Idealfall der Markt das hoch bricht in der gleichen Trendgröße ein 1-2-3 ausbildet der Markt geht hier drüber wir setzen unsere Stops da oder hier unten je nachdem ob man oft ausgestoppt werden will oder nicht und unsere Ziele liegen dann hier oben bei dem ganz großen Punkt 2 aus der grünen Ebene bei ich schaue mal kurz hier da haben wir da bei 0,6890 das ist dieses Gebiet hier oben ist unser erster Target Teilverkäufe finden da statt Restposition wird einfach mit dem Trend weitergehandelt da wir wissen ein Trend ist erst zu Ende wenn er gebrochen ist soweit zum Neuseeland-US-Dollar wichtig ist nur wir müssen wissen dass die Struktur die wir uns gerade ansehen übergeordnet wir schauen noch mal kurz rein ob wir es sehen genau war ja eine Korrektur des pinken Trends also wir dürfen nicht allzu viel erwarten allerdings ist die Taktik denke ich markt so und zu guter Schluss nehmen wir uns noch das Gold vor Gold im ganz großen Trend ich glaube das hat schon jeder mitbekommen dass sich Gold in einem Abfährtstrend befindet das einzigste Merkmal was wir gerade sehen ist dass die im Wochenchart dass die Bewegungen die immer in Short Richtung es aktuell nicht mehr allzu weit unter ihre letzten Zweierpunkte schaffen das ist ein bisschen ein Warnsignal und wir schauen uns das Ganze einfach in der tieferen Zeiteinheit quasi den Tagesschart mal genauer an aktuell sind wir noch Short ausgerichtet der Markt versucht an der rechten Seite des Charts auch wieder Short weiter zu laufen und wir sehen dass in der tieferen Zeiteinheit quasi bei uns grün sich hier drin schon ein grüner Abwärtstrend gebildet hat der sich gerade fortsetzt das wäre wieder ein 5 Sterne Setup kurz davor durch seinen Punkt 2 durchzubrechen allerdings lange Rede kurzer Sinn wir gucken uns das ganze Baby einfach mal im Tageschart an da sehen da sehen wir die Abwärtstrend Struktur wie eben erläutert wir haben einmal die größere dann hat sich hier noch eine kleinere reingemogelt und diese befindet sich gerade an der rechten Seite in der dynamischen Abwärtsbewegung was im Stundenchart voraussichtlich ein schöner Abwärtstrend darstellt also alles super alles schön markttechnischer Abwärtstrend in der grünen Trendebene konform mit der pinken Trendebene also haben wir hier High Probability Trades und wer hier oben schon eingestiegen ist der ist natürlich im Vorteil weil er jetzt groß im Gewinn ist und seine Stops hier oben liegen allerdings müsste er theoretisch dann jetzt auf eine Korrektur warten hier hoch und dann muss der Markt wieder hier runter laufen weil dann kann man erst die Stops nachziehen das ist das Problem des Markttechnikers man muss immer abwarten und Tee trinken bis man seine Stops regelkonform nachziehen kann und na das will er nicht mehr so das gucken wir uns nochmal im Stundenchart an und dann sehen wir dass diese dynamische Abwärtsbewegung die Bewegung des grünen Trendes im Stundenchart ein wunderschöner Abwärtstrend ist da haben wir hier Bewegung Korrektur dynamische weite Abwärtsbewegung und jetzt geht der Markt in die Korrektur oder hat erste Ansätze einer Korrektur ausgebildet wir sehen hier der Markt ist über die Dreierpunkte der noch tieferen Trendebene gegangen somit darf man das als Korrektur der blauen Trendebene werten und wer wie gesagt haben wir noch den Aufwärtstrend Kanal in der tieferen Zeiteinheit hier drin wir sehen wir sehen es gab schon den Ausbruch wer sehr kurzfristig Zeit hat der kann einen Pullback an diese Flacken Formation oder Korrektur Formation traden also Pullback an die 1088 1089er Marke und dann in einem noch tieferen Trend Short bis an den alten Punkt 2 der blauen Trend Ebene bei 1075 zum Beispiel oder hier den Entry Wagen bei 1088 Stop konservativ da oben drüber und schauen ob der Markt durch diesen großen Punkt 2 noch durchkommt und diese Bewegung noch weit weit läuft gucken wir gerade mal im Tageschart wenn der Markt noch Kraft hat oder ich sage mal so schwächer hat und durch diesen ganz großen Punkt 2 durchgehandelt werden können Kursziele bei 1060 1050 auf jeden Fall noch drin sein zwar vielleicht nicht für diese Woche aber für die nächste Woche also Gold definitiv immer noch ein starker Short Kandidat und wir sehen ihn definitiv noch nicht auf der Long Seite so jetzt haben wir auch schon wieder knadenlos eine Viertelstunde überzogen aber ich denke mal das hat sich gelohnt wir haben interessante Setups gefunden aktuell sehe ich im Chat Sie haben keine Fragen sollten Sie noch Fragen haben oder sich bei dem wenn Sie sich das Video nochmal anschauen fragen nicht zögern einfach an info at trading minus stars .de schreiben wir antworten definitiv einer von uns vier wird antworten also bitte keine Scheue und ich bedanke mich vielmals für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich freuen entweder einen Teil am Donnerstag bei Marktechnik Theorie Entries wiederzusehen oder entweder nächste Woche gleiche Zeit wieder wenn wir über die Märkte fliegen mit mir und natürlich dann wieder dem Christian also ich wünsche euch noch einen schönen Montagabend und eine erfolgreiche Handelswoche Ciao